Musik Wir haben uns entschieden, einen Kurzurlaub zu machen in Österreich, weil also das ist nicht so weit von uns und wir wollen unbedingt in die Berge und auch in die Sauna. Das zeige ich alles in meinem Video, bleibt dran! Hallo, ich bin Walde und wir sind im Hotel Grisehof bei Lermoz. Wir haben Bilder bei Booking.com angeschaut und hat uns richtig gut gefallen und wir haben gedacht, also komm, probieren wir mal jetzt in Österreich was anzuschauen und das ist sehr, sehr schön, weil gleich in der Nähe, das zeige ich jetzt gleich, ist Zugspitze. Und kann man also von unserem Balkon sogar Zugspitze anschauen und das ist also richtig perfekt, sehr schönes Panorama. Und ehrlich zu sagen, alles also was wir bei Booking.com angeschaut über unser Hotel. Bilder stimmen nicht überall, auf jeden Fall die Bilder für unser Zimmer hat absolut nicht gestimmt. Wir kommen hier nach dem Hotel nach Österreich, machen wir die Türe auf und wir waren sehr, sehr positiv überrascht. Unser Zimmer war komplett neu renoviert, sieht ganz anders aus wie Bilder bei Booking.com zum Beispiel. Bad ist komplett frisch renoviert und sieht sehr, sehr schön aus. Unsere Zimmer und Bett, also war richtig perfekt. Ich bin voll begeistert. Unser Zimmer ist sehr modern und sehr, sehr schön, aber gibt es auch Nachteile. Zum Beispiel gibt es keine Hausschuhe im Zimmer, gibt es keinen Kühlschrank, gibt es keine Gläser, aber sonst ist alles dabei. Zum Beispiel Bademantel gibt es nicht im Zimmer, aber muss man bei Rezeption abholen, kostenlos und das geht auch. Übrigens wäre wieder so zum Beispiel, wenn es Bereich benutzen, der muss also dann eigene Hausschuhe mitbringen, sonst muss man barfuß in diesem Hotel oder im anderen Hotel rausgehen. Wenn es Bereich im Nachbarhotel ganz einfach im Bademantel, also da vom einen Hotel im anderen, kann man in wenigen Schritten erreichen. Sehr schöne Möglichkeit zum Wandern, da gibt es sehr viele Wanderwege, überall in jede Richtung, nach jeder Schwierigkeit. Der Ort Lermos ist Malerisch ist sehr, sehr schön. Da gibt es sehr viele einladende Restaurants, wo kann man sehr lecker essen. Aber eine von denen, ich kann ganz besonders empfehlen, heißt 180 Grad und da essen war nicht günstig, aber richtig, richtig lecker. Sehr tolles Ambiente mit so einem schönes Panoramablick, auch auf der Zugspitze und da haben wir uns sehr, sehr wohl gefühlt. Vom Hotel bekommt man eine Gästekarte, wo kann man kostenlos überall im Ort mit Bus fahren, auch bis zum Zugspitze zum Beispiel. Gibt es auch für günstige Eintritte. Übrigens, Aufzug bis zum Zugspitze kostet nicht günstig. 51 Euro pro Person. Wir waren leider nicht, weil Wetter hat nicht mitgemacht. Jeden Tag hat richtig geregnet und oben war sehr, sehr kalt und keine Sichtmöglichkeit. So, wir sind jetzt in die Birge und Wetter ist sehr, sehr schlecht. Leider. Wir wollen unbedingt so in der Zugspitze. Aber leider, das kann man also absolut nicht im Zugspitze gar nicht sehen. Zugspitze, Erwald, Lermus. Hier im Hotel Grisehof gibt es auch eigene Sauna und im Nebenhotel gibt es eine Saunalandschaft mit sehr viele unterschiedliche Sauna und die Benutzung dieser Saunalandschaft im Zimmerpreis inklusiver. Da gibt es unterschiedliche Sauna, Salzsauna, Wirpol, finische Sauna, auch Kräutersauna. Bei uns im Hotel war auch sehr schönes Frühstück. Nicht zu viel, aber alles was wir brauchen, wir haben da auch bekommen und das war auch sehr lecker gewesen. Auch der schönste Urlaub geht zu Ende. Wir tanken jetzt und fahren wir nach Hause. Ich hoffe mit meinem Video, ich kann irgendwie hilflich sein. Danke fürs Anschauen. Ich wünsche euch Gesundheit, Gottes Segen. Tschüss und bis nächstes Mal. Hier in Österreich spricht es auch nicht zu günstig. Zum Beispiel diese kostet gerade 1,98 Euro. Ja. Wo hin richtig. Hier ist mein attachant. Hier ist schön. 嗨. Bis zum nächsten Mal.